Okay, dann schmeiße ich hier wieder die Stöcke weg. Lol, ich hatte noch Fackeln. Alter. Naja, das wird schon. Ich glaube nicht, dass da gerade ein Monster kommt. Und wenn, dann gibt es aber hier. Äh, Fackeln hier. So. Dann. Yes, come on. Come on. Come on, I need it. I need it. I need it. Ich glaube, ich habe gerade einen Kap. Ich bin vorbeigeflogen. Alter Schwede. Oh mein Gott, er... Warte ich bloß aufs nächste Minecraft. Alter, war ich jetzt echt zu dumm und habe nochmal eine Spitzhacke gemacht. Alter Falter. Ich wollte doch eigentlich ein beschissenes Schwertchen machen. Dass ich eins habe. Falls es ausgeht. Yeah. Möchte ich jetzt hier mit? Naja. Geht so langsam. Yes. Yes. Jawohl. Jawohl. Sauber. Ich hab so das Gefühl, man könnte diese Cobblestone-Maschine, oder wie er immer nur das nennen will, bisschen effizienter gestalten. Und wenn ihr da einen Tipp habt, bitte in die Kommentare, ich verzweifle, und ich verspreche euch halt, ich setze das zu 100% um, aber wenn ihr jetzt sagt, ah komm, probier mal schon, dann probiere ich das halt, aber wenn's schief geht, dann ist's natürlich am Arsch, weil dann hab ich kein Kabel mehr, und ihr habt keine Freude mehr, weil ich nicht mehr fällen kann, und das wär ja richtig am Arsch, und, ja, the sun is going down, und das heißt, the monsters are coming. Sauber. Danke, danke, das hab ich jetzt braucht, dass keine Steinchen mehr rausfallen. Ach, leck mir doch jetzt, Alter. Vielleicht noch geschwind was. Nee. Scheiß auf Essen. I need some skeletons. jetzt looky look spinni oh jetzt ist sie runtergefallen jawohl und wieder ein schwarzpilferchen nicht schlecht oh alter jetzt wäre ich ja fast runter kann leute das wäre es jetzt größer ich bin noch so jung oh mein gott jawohl come on and suck my dick oh zwei creeper oh mein gott oh mein gott unser monster und der spinne heiligsblech ich bin hier du bütz kartoffel jawohl kartoffel kartoffel ich habe eine kartoffel ja ich freue mich jawohl eine normale kartoffel und keine giftige weil giftige kann man nicht pflanzen und es wäre mega abnormal scheitern einen kürbis ich habe ernsthaft einen kürbis gepflanzt ja melone pitches hier frisst stahl nein ich stehe jetzt einfach drunter gefallen der knochen mann er kriegt mehr sakraten und hemorrhoiden alles zur selben zeit tschüss brauche ich nicht nein danke i don't need this perfekt dann pflanzen wir hier mal ein paar eine kartoffel eine kartoffel egal das vergiftet mich ja nicht mal what the fuck das vergiftet mich schon scheiß drauf auf jeden fall fühlen sich jetzt meine hürzen wieder ein bisschen oh mein gott ein enderman oh mein gott oh mein gott oh mein gott enderman ach du scheiße da sind jetzt aber viele fücher leck mir die lieber nicht so spinnchen immer wenn die spinne springt und man läuft einen schritt zurück kann man gefahrlos eine spinne töten wissen viele nicht die lassen sich lieber von der spinne hinten jawohl noch kommen noch so ein treffer dann fällt vielleicht was geiles aus dem zum bierer schade ja wohl dieses mal bis hin fucking knochen bekommen bitch er zum b finde ich eigentlich richtig komisch waren zombies eigentlich nicht jawohl jawohl so viel gras irgendwie jawohl all das sauber sauber schön was will ich mit der blume was will ich mit der blume ich brauch doch gar keine blume aber wenn es langsam wächst scheiß drauf aber es ist nahrung und nahrung ist mangelware vor allem wenn ich sprinte ja ja nein und oh mein gott wenn die mich runter schießen dann bin ich aber am arsch am marsch das wäre dann richtig böse oh mein gott böse böse muhaha ich bin böse shark kamikaze stirb level 9 weil mir die level auch hier so viel bringen oh mein gott attackieren sich da gerade zwei skelette wirklich gegenseitig oh mein gott ist der commuter wirklich so dumm oder tut er nur so oh heilige scheiße heilige scheiße ah 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 ich sollte mal was essen uuuuuh friss 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 und jetzt noch ein roten flesh oh mein gott oh mein gott warum bin ich jetzt vergiftet ah setz not schön setz not schön setz really not schön bittsch halbes leben figg die johme ey figg die johme figg die johme komm füll dich doch rauf Scheiße, ich komm nicht an die Truhe. Nein! Aber ich hab drei Herzen. Vielleicht reicht es. Ah! Okay, ja, für den reicht's. Ist kein Problem. No problem for me. Ach so, ich hab ja noch eins. Jawohl, du nicht vergiftet. Ha! Ha! Da lach ich ja nur über euch. Bitch-Skelette, etc. Blockt ist das? Weiß ich gar nicht. Mein Gott, trifft das Skelett? Oh, ich weiß nicht. Oh, da liegt der Knochen. Ich brauch den Knochen. Ich brauch ne Mahlzeit. Oh, verpiss dich. Nein, 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 nein. Oh, heiligsblechle. Null. Das war das zweite Schwerd, was hier gange ich. Ach, du Scheiße. Scheiße, 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 Scheiße. Und die wachsen, das ist gut. Und ein Sam Schwertz. Oh mein Gott, Alter. Ich weiß nicht mehr, wie man Schwert erbaut. Ich bin also ein Idiot. Idiot. Oh, Idiot da. So, neun Gunpowder. So. Drei Kirbise. Drei Kirbis. Und ich weiß nicht, wo im Sinn ist es? Wachsett. Lol. Ansthaft jetzt. Ansthaft. Alter. Wirklich jetzt. Ganz ohne Spaß. Wollte mich hier verarschen, oder was? Na, Baum, Baum, Baum. Alter, was ist das für ein fetter Baum. Oh, das liebe ich. Jawohl, vielleicht. Fällt der Apfel, fällt nicht weit vom Stamm. Haha. Vielleicht ist das sogar so. Das wäre richtig geil, wenn da ein Apfel drin wäre. Apfel. 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 Oh mein Gott, mein Gott, mal sicher verstaunlich, dass ich da gleich runterfalle und hier mir die Beine breche. Gut. Dann. Sing, 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 sing. Oh, leck. Also, da baue ich den Baum noch geschwind ab. Und dann machen wir Pause. Pause, weil ich muss auch mal irgendwie was. Ja, okay. So lange nehmen wir noch nicht auf, aber. I need some pause. Oh. Ich will sonst noch irgendwo. Holz. jawohl aber sonst alter wie viel holz bitte alter schwede holz bis zum abwinken können das müsste gewesen sein dass das nicht weg machen sonst habe ich hier ganz dicke probleme aber wir haben wieder zwei setzlinge bekommen zwei setzlinge ist ein gutes zeichen ich hoffe ich habe da jetzt kein holz mehr vergessen ja okay an holz wird es uns in zukunft nicht mankeln dann habe ich es aufgesammelt das war erde ja holz was was ehrlich jetzt ist ein pack und das holz fällt da jedes mal und da ist noch holz da ist auch noch holz so das muss aber gewesen sein jetzt und hier gleich der nächste egal und den fällen mir das nächste mal wenn es wieder heißt let's play minecraft skyblock